So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Heute mal ein kleines Real-Talk-Video oder eine kleine Geschichte, die ich erzählen möchte, denn am Sonntag war ja Hopper Raid Day, also Hooper Top Raids, Elite Raids, je nachdem wie man es nennen möchte und ja das war kein Raid Day, an einem Raid Day ist ja in jeder Arena eigentlich ein Raid und man hat 5 Reihe Pässe und es gibt eine erhöhte Shiny Chance. Diesmal gab es kein Shiny, es gab keine freien Pässe, es war nicht an jeder Arena ein Raid und man konnte natürlich auch nicht einladen und nicht eingeladen werden, man musste vor Ort raiden, wie man das von diesen Community Day Raids kennt, die Stufe 4er, die dann immer am Ende des Community Days auftauchen. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber mir ist es irgendwie gerade so ein Drang, dass ich euch nochmal erzähle, wie bei uns der Tag abgelaufen ist, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand, welche Bedenken ich sonst so habe und wie ich so das Feedback der Community wahrgenommen habe, bei mir war es ja so, Hannes und Genaya waren da zu Besuch, dann kam diese Ankündigung, dass ein, dass diese, dass diese Top Raids stattfinden werden, das fand ich richtig gut, ich habe gesagt, was, das ist ja cool, weil, früher habe ich immer Raid-Touren gemacht mit anderen, da war die Hibu-Community noch richtig groß, also aus Hildburghausen, da sind wir manchmal hier mit dem Auto rumgefahren, durch die Gegend, haben Raid-Touren gemacht, in einem Ort alle Arenen mitgenommen, im nächsten Ort alle Arenen mitgenommen, wenn ein Raid-Day war und das hat Spaß gemacht, du hast dann 3 Stunden lang durchgeraidet, sogar mit mehreren Accounts, sagst du dort, jeder hat 2, 3 Handys in der Hand gehabt, ihr wart 4, 5, 6 Leute im Auto, je nachdem wie groß das Auto war, das waren tolle Zeiten, das vermisse ich ein bisschen in Pokémon Go, da hat keiner gesbooft, das war alles Letche, das war alles vor Ort, das war eine richtige Unternehmung mit anderen Leuten zusammen, das hat gepasst. Wer sich die anfänglichen Videos mal anguckt auf dem Kanal, ich glaube eines der ersten Videos, die auch online gekommen sind, ist der Lavados Ray Day, da habt ihr mal einen Einblick, wie das passiert ist, wie das damals war, wie man da rumgefahren ist, wie man Raids gemacht hat in der Gruppe, wie man einfach mega viel Spaß hatte dabei. Seit langem ist es schon so, dass ich gefühlt, wenn ich einen Raid machen möchte vor Ort, alleine an der Arena stehe und einfach keiner mehr da ist. Viele in Hildburghausen spielen wohl gar nicht mehr, andere die in Hibu gespielt haben, spielen jetzt lieber bei sich, weil die bei sich jetzt Leute gefunden haben, aber so wie es aussieht, die meisten Leute spoofen wohl auch und fallen einfach weg und machen sich nicht mehr die Mühe dann, vors Haus zu gehen, raus zu gehen, am Ort zu spielen, halten sich in Zaragoza auf, sonst was. Theoretisch kann jeder machen, wie er möchte, aber ich merke dadurch, wenn du wirklich normal spielst, dass du halt alleine dastehst und jetzt nicht mehr die Möglichkeiten hast wie früher, wo das irgendwie noch alles anders war. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn Leute nicht spoofen würden, dass sie gar nicht mehr spielen würden und so dadurch, dass sie spoofen, trotzdem irgendwie das noch ein bisschen mit am Leben erhalten, denn wer wirklich viele Raids machen will und niemanden großartig hat oder bei dem keine Raids großartig aufgehen, hat ja dadurch die Möglichkeit trotzdem seine Raids zu machen, viele Raids zu machen, viel in die App rein zu cachen und für sich zu sein, einfach für sich zu spielen, keine Rücksicht nehmen zu müssen, auf andere nicht warten zu müssen, einfach für sich zu sein. Kann ich alles nachvollziehen. Hat uns bei dem Raid Day an sich aber natürlich nicht geholfen, denn Genaya und Hannes waren da, wir waren also drei Leute und ich habe gesagt, okay, ich habe noch ein paar Handys hier rumliegen, ich nehme zwei Accounts mit, Genaya kriegt noch ein Handy von mir, dann hat sie auch zwei Accounts, Hannes kriegt noch ein Handy von mir, dann hat er auch zwei Accounts, so haben wir schon sechs Accounts in der Hoffnung, dass falls niemand da ist und niemand was macht und auch niemand vorbeikommt, wir das mit sechs Handys und sechs Accounts schaffen. Wir haben versucht, eine kleine Raid-Tour zu machen, die Raids sind ja um 11 Uhr die ersten aufgegangen, drei Stück hatten wir, 11 Uhr gab es direkt drei Raids in Hildburghausen, leider lief das Ganze ja nur eine halbe Stunde, ich musste also versuchen, innerhalb dieser 30 Minuten alle drei Arenen abzuklappern, dahin zu fahren, mit dem Auto auszusteigen, zu filmen, zu fangen, zu kämpfen, zu fangen, einzusteigen, weiter. Theoretisch hätte man noch Platz gehabt für einen vierten Mann, für einen Fahrer. Einer fährt, drei Raiden mit sechs Accounts, sobald der Kampf beginnt, wird weitergefahren, zur nächsten Arena oder so, oder ich hätte halt, weil ich fahre, halt jemandem gesagt, wir brauchen noch jemanden, Frau auf der Straße da drüben, haben sie kurz Zeit, eine halbe Stunde mit Fremden durch die Gegend zu fahren und zwei Handys in die Hand zu nehmen und wild rumzudrücken, gut, Dankeschön dafür, hat sie nichts gemacht. Ja, das war ein bisschen stressig, aber ich hatte das erste Mal wieder ein Gefühl von einer kleinen Raid-Tour von zusammen unterwegs sein, Spaß haben, was zu machen. Das hat mir Spaß gemacht. Das war ein bisschen stressig, aber es hat Spaß gemacht. Wir waren an der ersten Arena, wir waren alleine. Wir waren an der zweiten Arena, wir waren alleine. Wir waren an der dritten Arena, wir waren alleine. Trotzdem waren ein paar Leute auch noch in den Lobbys drin, hat man aber nicht groß gesehen. Gab es Namen, die kannte man, dann gibt es Namen, die kannte man gar nicht. Also, ich denke mal auch in Hibu, ja, wenn viele Leute noch spielen, aber eben nicht mehr normal, sondern spufen. Und so steht keiner mehr an der Arena, so fährt keiner mehr rum, so sind diese Vor-Ort-Raids zwar gut gemein, dass eine Yendik das zurückbringen will, aber du selber stehst trotzdem alleine da und fühlst dich irgendwie blöd. Dann war es weiter, 14 Uhr. 14 Uhr gingen auch zwei Raids auf. Die seht ihr nicht mehr im Video, die gibt es nicht mehr im Video. 14 Uhr, ich habe wieder gepostet, dass wir einen Raid machen wollen. Dann hat sich die Liane gemeldet und gesagt, sie macht mit. Ich wusste nicht, wie sie mitmacht. Wir sind also zur ersten Arena gefahren und plötzlich sehe ich jemanden anlaufen, kommend. Da kommt Liane zu uns gelaufen. Wir so im Auto sitzen, hier unser Zeugs machen wollen, alles auf dem Schoß ausgebreitet, kommt Liane. Und ich habe mich gefreut, weil Liane ist auch vor Ort gewesen dann mit zwei Handys. Und ich glaube, den letzten Raid, den ich mit Liane gespielt habe, ist bestimmt auch schon ein Jahr, eineinhalb Jahre her. Ja, also damals regelmäßig, wenn Raids waren, dass man gepostet hat, da ist ein Raid an der Brücke und dann haben sich viele Leute eingetragen und man hat sich dann zusammen getroffen und das hat gepasst. Seitdem das mit Corona war und dem ganzen anderen Zeug, wahrscheinlich, na gut, dann ist es wahrscheinlich schon zweieinhalb Jahre her, niemanden mehr gesehen, kein Raid mehr zusammen gemacht. Für mich war das ein Highlight, dass jemand, mit dem du früher viel geradet hast auch, der auch bei den X-Rades immer dabei stand, jetzt plötzlich, weil er gerade in der Nähe war, sagt, ich mache die zwei mit. Man zusammen am Raid stand, man zusammen reden konnte und raiden konnte, reden und raiden. Und auch gefragt, machst du den anderen auch? Ja klar, okay, wir treffen uns unten gleich wieder an der Brücke. Dann sind wir also von Arena A zu Arena B gefahren. Bei Arena B sehen wir schon, da standen vier, fünf Leute rum, auch alle mit mehreren Accounts natürlich. Und die haben gesagt, jo, wir sind durch, aber wo ist denn die andere Arena, Arena A? Ich habe gesagt, wir kommen gerade von Arena A, wir machen jetzt den hier noch. Jo, das dachten wir schon. Wir haben jetzt den gemacht und wir gehen noch zu Arena A, weil wir waren gerade an der B. So. Das ist auch wieder so ein Ding. Du siehst dann, ach, es gibt doch Leute, die unterwegs sind und was machen, aber ihr konntet euch halt nicht absprechen und du kannst es dir nicht. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Die habe ich noch nie gesehen. Die haben dann einfach gesagt, sie waren jetzt gerade in der Nähe. Sie haben da gezockt und die gehen dann wieder in die Heimat. Fertig, bam. Bei einem X-Raid ist das natürlich anders gewesen. Da gab es nur an dieser einen Arena diesen Raid und alle waren an der. Wenn du natürlich mehrere Raids gleichzeitig in der Stadt hast, dann sind die einen halt dort und die anderen sind aber da, unabhängig voneinander. Wodurch es sein kann, dass die zu wenig sind und die zu wenig sind. Zusammen hätten sie den aber geschafft und den auch. So, wir hatten trotzdem Glück, dass Liane da war. Die anderen haben ihr Ding gemacht. Wir haben unser Ding gemacht. Trotzdem hat man mal wieder Leute gesehen. Also die Top Raids sollten die Leute wieder zusammenbringen. Haben sie irgendwo ja ein Stück gemacht in dem Moment. So, und dann kam die Krönung. Liane hat sich verabschiedet. Genaya ist gefahren, musste nach Hause. Und ich habe zu Hannes gesagt, 17 Uhr geht noch einer auf. Ein einzelner Raid. 17 Uhr. Beim Kindergarten. Dass da eine Arena ist, auf dem Kindergartengelände, ist sowieso schlimm genug. Ich mit Hannes also dahin gefahren. Diesmal hat jeder von uns drei Handys gehabt, dass wir immer noch unsere sechs Accounts haben. Ich habe wieder gepostet. Keiner hat was gesagt. Keiner hat sich eingetragen. Keiner war da. Ja, gefühlt. Ich stehe mit Hannes also an der Arena. Plötzlich kommt ein Auto angefahren. Wir haben schon gedacht, oh, jetzt kriegt man Ärger, weil wir hier stehen vor dem Kindergarten. Ja, direkt vor dem Eingangstor. Und dann steigt plötzlich Thomas aus. Also der Thomas aus Schleusingen. Mit Frau, mit Kindern. Jeder wieder ein Handy in der Hand oder mehrere Handys. Das war so genial in dem Moment, weil ich den Thomas, also den Black Scar Wolf, heißt der ja eigentlich, auch schon, so lange wie ich Liane nicht gesehen habe, ihn auch schon nicht gesehen habe. Er war aber nur da, weil sie bei sich keinen Raid hatten, 17 Uhr in Schleusingen, und deswegen mal nach Hibu gucken wollten. Hätten sie einen Raid in Schleusingen gehabt, hätten die den gemacht. So, weil keiner bei denen war. 17 Uhr ist er nach Hibu gefahren extra. Und wir haben zusammen mit denen den Raid gemacht. So hat man auch mal wieder Leute gesehen, die man vor zehn Jahren gesehen hatte bei Pokémon Go. Aber nur eben für diesen einen Raid. Jetzt hat jeder wieder sozusagen sein Leben. Und das war's, weil jetzt machen die ihr Ding wieder dort. Man macht sein Ding hier. Aber Hooper hat es geschafft, uns zusammenzubringen. Was das Besondere an der letzten Arena war, weil es ja die einzigste in Hibu war, die dann gerade aufgegangen ist. Wir sind in die Lobby. Die waren also mit sechs Accounts ungefähr da. Wir hatten eigentlich sechs Accounts. Wir wären also zwölf gewesen. Ich gehe so rein. Ich sehe 20 Mann in der Lobby. Was ist da los? Ich gehe mit dem einen Account raus. Wieder 20 Mann. Ich gehe mit dem nächsten raus. Wieder 20 Mann. Ich gehe mit dem nächsten raus. Wieder 20. Ich gehe mit dem nächsten raus. Wieder 20. Ich habe alle vier Hilfsaccounts, die ich mitnehmen wollte, damit wir es überhaupt schaffen, aus der Lobby rausgenommen. Ich habe nur noch meinen Hauptaccount gehabt. Hannes hat nur noch sein Hauptaccount gehabt. Die Lobby war trotzdem voll. 20 Mann. Der eine Sohn von Thomas ist nicht in unsere Lobby mit reingekommen. Der ist in eine neue Lobby gesprungen, automatisch. Und in der waren auch schon wieder 13 Mann oder so drin. Das heißt, insgesamt waren da 35 Leute vielleicht. Vielleicht war sogar noch eine 20er Lobby voll. Irgendwas hin und her. Da war so viel los auf einmal. An dieser einen Arena, weil es die einzigste Arena war, die es gab. Und das hat wirklich an die X-Rates von damals erinnert. Denn dann wurden alle eingeladen zur Brücke. Dann kamen da plötzlich fünf bis zehn Autos. In jedem Auto saßen 20 Clowns drin, die ausgestiegen sind. Nochmal mit 20 Clowns im Hinter... Da haben alle dort gestanden. Und Lobby 1, Lobby 2, Lobby 3, Lobby 4. Und dann macht ihr noch eine Runde. Ich habe noch drei Accounts. Ich würde schnell umloggen. Und würde noch mal mit drei anderen mitmachen in der nächsten Runde. Und das war mega kompliziert. Aber richtig actionreich damals. X-Rates. Es hatte also in dem Moment X-Rate-Feeling. Was die Accounts angeht, dass so viel in der Lobby los ist. Vor Ort weiterhin nur Thomas mit seiner Familie und ich mit Hannes. Der Rest war von außerhalb. Von irgendwo oder von Hildburghausen. Ich habe viele Leute in der Lobby gesehen, die früher zur Hildburghäuser Community gehört haben, mit denen man selber am Raid zusammenstande. Die bei jedem Raid rumgefahren sind mit dem Auto, mitgemacht haben hin und her. Dann waren die ja immer so, dass sie gesagt haben, ja, Spoofen und Spoofer können wir nicht leiden und Spoofer hier, sonst was. Und jetzt hast du ganz deutlich gesehen, doch, ja, sie Spoofen selbst mittlerweile. Deswegen siehst du keinen mehr in Hibu großartig rumlaufen. Die Spoofen. Der Spooft, der Spooft, der Spooft, die Spoofen hin und her. Ist das jetzt so schlimm? Ich meine, uns in dem Moment hat es gefreut, dass viel los war an der Arena in dem Sinne, aber gleichzeitig ist dadurch eben nicht viel los an der Arena. Und das ist ja ein Ding, du musst ja vor Ort sein, also werden wahrscheinlich viele Leute wieder dazu geleitet, zu Spoofen, um da zu sein, wo was ist, wo sie sonst nicht hinkommen, weil sie nicht eingeladen werden können. Und das ist auch das, was die Community generell oder hier die Leute auf dem Kanal oft schreiben, dass Nayendik die Leute dazu ermutigt eigentlich sogar, zu cheaten, zu spoofen, sie sozusagen dazu nötigt. Denn was war denn in Zaragoza los? Viele Leute haben gesagt, ach, da mache ich mir einen chilligen Tag in Zaragoza, da spoofe ich mich da hin, da sind genügend Raids und genügend Arena und da sind immer genügend Leute, die kamen teilweise nicht mal ins Spiel rein, weil das überlastet war, weil zu viele Leute in Zaragoza waren. Wir haben hier in Hittburghausen gestanden und wir hatten bei jedem Raid Schiss, ob wir es überhaupt schaffen, eine Lobby vollzukriegen, eine Lobby zu machen, ob wir überhaupt genügend Spieler sind. Wir standen immer alleine, gefühlt an der Arena, dann war aber eine Person dabei, das hat sich richtig komisch angefühlt, dann hat man sich gefreut, trotzdem jemanden zu sehen und die anderen hatten die Probleme, die Spoover, da sie zu viele waren an einem Ort, weil alle sich auf einen Ort in ein Ding gestürzt haben. Aber was sollen sie machen? Da kann ich einer, der in Köln wohnt, sagt, ey Ramses, kann ich bei euch den Raid mitmachen? Okay, ich setze mich still auf mein Fahrrad und fahre rüber. Sonst könnte man sagen, okay, ich lade dich ein zu dem Raid, dann machst du den mit, wir haben jemanden zur Unterstützung noch, du kannst noch einen Raid mehr machen, aber der Jentic möchte ja plötzlich nicht mehr so, dass Fanraids gemacht werden. Kann ich nicht verstehen. Also wenn sie das mit den Fanraids wirklich eingrenzen oder abschaffen würden, dann würden meiner Meinung nach einfach viel mehr Leute anfangen zu spoofen, gerade für solche Sachen, für solche Tage. Guckt euch die Leute an auf dem Dorf. Das haben so viele Leute auch in der Community wieder gesagt, bei uns ging nix. Wir hatten eine Arena, wir haben den Raid versucht, wir waren nur fünf Mann, wir haben es nicht geschafft, wir haben den Raid nicht geschafft, wir konnten es nicht fangen, gar nichts, wir waren einfach zu wenig. In der Woche, wenn die dann einen Raid haben und sie sind fünf Mann, dann können die ihre Freunde von Berlin, von Hannover, können die noch einladen, dann sind die vielleicht acht oder neun Mann für einen legendären Raid, dann passt das. Jetzt waren die auf sich alleine gestellt und obwohl sie sonst zusammen spielen, haben sie es nicht geschafft und es war zu schwach. Das ist natürlich schade und ich glaube auch nicht, dass Campfire da viel hilft. Fanraids sind meiner Meinung nach trotzdem einfach wichtig. Ich weiß auch nicht, warum der Jendiken Probleme mit Fanraids hat. Ich glaube, ich schwappe schon wieder zu extrem von einem Thema ins nächste, ins andere hin und her. Also allgemein, Topraids an dem Tag war ein besonderes Highlight, war ein besonderes Erlebnis, seit lange mal wieder. Ich kann aber genau jetzt sagen, wenn Genaya und Hannes nicht da gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich keine Raid-Tour gemacht. Dann hätte ich darauf verzichten müssen oder man hätte sich andere Wege suchen müssen. Ich weiß es nicht, was soll man denn machen? Also wenn ich weiß, okay, wir sind zu dritt, machen sechs Accounts, das ist ja auch gegen die Nutzungsbedingungen. Sagt mir nichts, Spoofen ist verboten, aber mit drei Handys sich da hinstellen, denn das ist okay. Das ist beides gegen die Nutzungsbedingungen. Aber beides dient ja eigentlich nur dazu, dass ihr euren Raid-Pass loswerdet, dass ihr einen Raid machen könnt. Wem schadet es denn, wenn ihr jetzt fünf Accounts habt, damit ihr den Fünfer besiegt, der da ist, wenn sonst keiner bei euch spielt? Niemanden. Trotzdem sagen die Leute, das ist unfair. Der hat fünf Accounts, ich habe nur einen. Das ist unfair. Wenn sich einer 50 Accounts macht und 50 Accounts mit rumschleppt, dann ist das doch denen sein Bier eigentlich. Das belastet ihn doch, weil er sich verrückt macht mit so vielen Handys und so vielen Accounts. Warum habt ihr einen Nachteil dadurch? Verstehe ich nicht. Und einer, der sagt, okay, bei mir in der Stadt ist nichts los. Ich gehe nach New York, da ist die Lobby voll, da kann ich meine zwei Pässe heute wegmachen und spiele das Spiel wenigstens. Als wenn er sagt, yo, ich bin auf dem Dorf, da ist keine Arena, ich kann den Raid-Boss eh nicht machen. Ach, ich lade mir lieber Fortnite runter, zack, und spiele das jetzt. Weiß ich nicht, warum das so schlimm ist, warum die Leute sagen, sie haben einen Nachteil davon, wenn jemand einen Raid machen kann. Nachteil habt ihr ja eigentlich durch euren Wohnort und durch die fehlende Community. Und es ist zwar gut gedacht mit Campfire und so, aber ich glaube nicht, dass das halt die Lösung für alles und jeden ist. Da lieber freie Wahl, wo man spielt, wie man spielt, Hauptsache man spielt überhaupt, denn ich habe ehrlich gesagt Angst, dass die App ausstirbt irgendwann. Und dass es so nicht mehr lange weitergeht. Wenn man jetzt sieht, diese Berichte, die da kommen, die Umsätze von Niantic brechen ein, so viel Umsatz gemacht, jedes Jahr, dieses Jahr plötzlich, BOOM! Und noch so viel Umsatz. Und was ist denn passiert? Sie haben in letzter Zeit gegen Spoofer vorgegangen, haben ganz viele PG-Sharp-User gesperrt, haben viele iPogo-User gesperrt, viele Leute auch aus der Community, die ich kannte, die gefühlt am Tag 100 Raids gemacht haben. Jo, hab 30 Tage Band, kann nichts mehr machen. So. Die haben einen Monat lang keine Raids mehr gemacht. Die haben nichts mehr aufgeladen. Die haben kein Geld mehr ausgegeben. Die haben keinen Umsatz mehr beschert. Und der Teil ist riesig, der Teil ist groß, der Teil ist mega groß. Klar, es gibt die Ledger-Spieler, die einmal im Monat sich einloggen und sagen, hey, was ist eigentlich gerade im Raid? Hab ich was verpasst? Was ist das denn? Ist das neu? Dann gehen sie wieder raus, spielen wieder alle anderen Sachen hin und her, kommen nach einem Monat zurück. Das ist denen ja freigestellt, das können die ja gerne machen. Aber durch solche Spieler lebt die App einfach nicht. Die nicht diese Leidenschaft haben und diesen Drang, ja, diesen Drang, alles zu haben, alles mitzunehmen, die sagen, das ist mein Hobby. Andere kaufen sich jeden Monat ein neues Spiel für die Playstation. Andere kaufen sich jeden, jedes halbe Jahr ein neues Handy, das neuste, beste. Andere reisen jeden Monat in Urlaub. Und dann gibt es welche, die sagen, nö, ich zocke und ich möchte jeden Raid-Boss haben und ich möchte jeden Raid mitnehmen und ich möchte, wenn ich im Monat hier 100 Euro reinstecke, dann mache ich das, weil das mein Hobby ist und weil das mich mit anderen Leuten trotzdem zusammen spielen lässt. Selbst wenn das nur Einladungen sind, sind das Einladungen von deinen Freunden, die du vielleicht in Facebook kennengelernt hast, die du unterwegs mal getroffen hast, mal auf Reisen in einer anderen Stadt bei einem Go-Fest kennengelernt und ihr freundet euch an und dann lädt der Berliner eben den Kölner ein und dann lädt der Kölner eben den Berliner ein. Warum ist das verboten oder warum ist das schlecht oder warum möchte Najentik das denn dann auch noch unterbieten, dass er sagt, ey, ihr macht zu viele Fan-Raids. Wenn ich meine zwei Raid-Pässe pro Tag in Hildburghausen wegmachen möchte, ich stehe an der Arena, es ist niemand da, ich trage meinen Raid in eine Gruppe ein, dann melden sich, sag mal mal, fünf Leute, die nicht von hier sind. Diese fünf Leute spielen aktiv mit mir zusammen diesen Raid. Ich lade die ein. Die geben fünf Euro aus insgesamt, um mir zu helfen, meine zwei freien Pässe wegzumachen. Najentik sagt, ey, du machst schon wieder einen Fan-Raid, hör auf damit. Die machen den Fan-Raid aber, damit ich meinen normalen Raid machen kann. Und andersrum, wenn einer von denen dann einen Raid hat und sagt, so, bei ihm ist auch einer, er möchte auch seinen Raid-Pass wegmachen und er postet seinen Raid und ich trage mich da ein, hey, jetzt machst du aber einen Fan-Raid. Ja, aber wir spielen doch trotzdem zusammen und unterstützen ihn, weil bei ihm eben nicht so viele Leute sind. Ich weiß nicht, warum so viele Leute trotzdem gegen die Fan-Raids meckern. Eigentlich dürfte niemand was gegen Fan-Raids sagen. Aber ich sehe immer wieder, jetzt wo da so gegen die Fan-Raids vorgegangen wird, ein bisschen gefühlt, dass es Leute gibt und sagen, richtig so. Also Fan-Raids braucht eigentlich keiner, könnten abgeschafft werden, gab es früher auch nicht, da ging das auch alles. und das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, Leute wieder zusammenzubringen. Wenn es noch so wäre wie früher, früher, ganz früher gab es gar keine Raids, nicht mal vor Ort, es gab gar keine Raids. Ich glaube, wenn es aber keine Raids gegeben hätte, wird es wahrscheinlich die App auch nicht mehr geben. Dann hätten viele ein paar Pokémon gefangen, irgendwann hätten sie die Lust dran verloren und hätten aufgehört. Dann sind die Leute gekommen, die sagen, was, Raids? Das normale Pokémon-Fangen ist mir zu langweilig, ich will raiden, ich will richtig sammeln, ich will die Legendären, ich cash da auch rein, mir ist scheißegal. Die haben das nochmal belebt. Wenn es noch so wäre wie früher, dass egal in welchem Dorf, egal in welcher Stadt, es da hunderte Leute gibt, die alle zocken und du an der Arena mehrere Gruppen machen musst, damit ihr Platz findet, dann wären Fan-Raids vielleicht nicht so nötig. Aber so viele Leute haben eben aufgehört. So viele Leute haben kein Interesse mehr, so viele Leute spielen nicht mehr, so viele Leute sind nicht mehr bereit, dafür überhaupt noch was auszugeben. Und dann hast du eben nur noch vereinzelt Leute dort, du hast vereinzelt Leute hier, du hast vereinzelt Leute da. Und dann ist es eben wichtig, dass die letzten Überlebenden, die letzten Verbliebenen, die Möglichkeit haben, zusammen zu raiden. Der Berliner mit Leidenschaft möchte den Kölner mit Leidenschaft einladen, damit sie zusammen den Raid machen und nehmen noch den Hannoveraner, Hannoveraner, was für ein Wort überhaupt, den Hannoveraner mit Leidenschaft mit. Hauptsache sie spielen zusammen, sie raiden zusammen, sie interagieren zusammen. Warum wird über Fan-Raids gemeckert? Verstehe ich nicht. Das jetzt, mit Hooper, keine Fan-Raids, hat geklappt, aber ich sag's nochmal, wenn Genaya und Hannes nicht da gewesen wären, hätt's wahrscheinlich bei mir auch nicht geklappt, in den meisten Fällen. Dann hätt ich ganz alleine an der Arena gestanden, zumindest bei den ersten dreien. Die anderen um 14 Uhr und 17 Uhr, das war Zufall. Wenn Fan-Raids jetzt komplett weg wären und man jeden Raid nur noch so machen würde, dann würde ich jeden Tag auf meinen Päsen sitzen bleiben. Dass bei einem besonderen Tag wie dem im Hooper, wo 17 Uhr ein Raid ist, von außerhalb auch mal Leute in die Stadt kommen und sich da hinstellen, okay, das wird aber nicht jeden Tag so sein. Also wenn wirklich Fan-Raids wegfallen würden oder eingegrenzt werden würden, ich niemanden mehr einladen darf, niemanden mehr einladen kann, dann stehe ich da alleine und dann wird nicht mehr geradet. Und dann gibt es auch keinen Umsatz mehr für Niantic und dann bricht das noch mehr zusammen und irgendwann können sie es nicht mehr halten und dann war es das. Oder ich mache mir noch 20 Accounts und stehe dann wie der ältere Opa, Herr, Mann mit seinem Fahrrad und seinen 84 Handys und Accounts am Raid mit 50 Geräten und mache den Raid alleine. Was gegen die Richtlinien ist, was gegen die Nutzungsbedingungen ist. Aber Niantic zwingt einen ja förmlich dazu, das zu brechen. Obwohl sie ja jetzt auch in dem Sinne nichts dazu können, wenn nicht mehr so viele Leute spielen wie früher. Ist ja klar, es kommt was neu rein, jeder stürzt sich drauf und nach der Zeit ist es nicht mehr so interessant, Leute gehen. Niantic sollte in meinen Augen trotzdem aber schauen, dass sie an den Leuten, die sie jetzt haben, festhalten, dass das für gut befinden, dass Leute eben noch rein-cashen, dass Leute aktiv noch spielen und das beleben, anstatt ständig zu versuchen, diese Leute auch noch zu vergraulen, diese Leute auch noch loszuwerden. Nur weil 1% der Leute meckert, wollen sie 99% in den Arsch treten. Finde ich auf jeden Fall nicht gut. Ich habe gesehen, viele Leute haben gesagt, sie haben es also nicht geschafft, am Hooper-Tag überhaupt einen Raid zu machen. Sie haben keine Leute gefunden. Sie haben nur 1-2 Leute gehabt. Sie haben den Raid gar nicht geschafft. Oder es ist überhaupt erst gar kein Raid aufgetaucht. Also, wir hatten Glück. Da habe ich aber wieder mal gesehen, was auch in Hibo los ist. Ich denke immer, es zockt keiner mehr. Dabei spufen sozusagen alle. Und weil sie dann spufen, spielen sie für sich. Das können sie ja ruhig machen. Dann weiß ich aber, beim nächsten Ding, wenn du nicht einladen kannst, du stehst einfach alleine. Du stehst alleine und dann kannst du theoretisch auch nichts machen. Ich weiß nicht, ob jetzt alles gesagt ist oder nicht. Irgendwie hatte ich ein Thema. Bin jetzt durch 10 verschiedene Themen gekommen. Bin jetzt hier gelandet. Ihr könnt gerne eure Meinung nochmal dazu reinschreiben. Nutzt ihr die Fanrates? Nutzt ihr gerne die Fanrates? Seid ihr auf die Fanrates angewiesen? Was wäre, wenn es keine Fanrates mehr gäbe? Würdet ihr dann überhaupt noch spielen? Könntet ihr dann überhaupt noch spielen? Oder seid ihr von der Fraktion, die sagt, früher gab es keine Fanrates? Braucht man nicht. Sie sollen zu den Wurzeln zurückkehren. Aber ist das wirklich so schlau? Oder tritt man sich dann nicht irgendwie selbst vors Bein? Weil man denkt, früher ging es. Also wird es jetzt auch gehen, ohne zu merken, dass wir nicht mehr im Früher leben, sondern es sich so stark gewandelt hat alles. Und das Interesse der Leute auch so stark sich geändert hat und zurückgegangen ist, dass es vielleicht gar kein Früher mehr geben könnte, weil früher jetzt einfach gar nichts mehr wäre. Und die App hauptsächlich gerade auch durch die Fanrates am Leben gehalten wird. Wir wissen ja jetzt schon, dass es nicht der einzigste Top-Rate ist oder Elite-Rate. Es ist ja schon bekannt, dass es noch dieses Jahr andere gibt. Ich bin mal gespannt. Das Feedback der Leute nimmt eine Jentic ja trotzdem immer mal ein bisschen auf. Und gerade auch bei irgendwelchen Forschungstagen oder so haben sie was gemacht. Negatives Feedback erhalten, haben die nächsten Forschungstagen ein bisschen abgeändert. Ich bin mal gespannt, was der nächste Top-Rate wird, wann der nächste Top-Rate kommt und ob es genauso wird wie dieses Mal oder ob sie doch irgendwas abändern, damit trotzdem mehr Leute die Möglichkeit haben, das auch zu nutzen. Oder ob man einfach dann Pech hat, wenn man in einer kleineren Stadt wohnt und das dann halt verpasst und einfach nicht machen kann. Und die Leute in der Großstadt, die sind bedient, da passt das. Ich kann jetzt nichts weiter dazu sagen. Schreibt ihr mal eure Meinung dazu rein. Was war's? Von meiner Seite aus. Ich fand den Tag also interessant. Schön mal wieder ein paar andere Leute gesehen zu haben. Zwei. Liane und Thomas. Sehr überrascht, dass Hibu wohl doch noch aktiver ist als gedacht, aber halt einfach, naja, jeder sein Ding nur noch für sich macht und man keinen mehr sieht. Bin gespannt, was der nächste wird und wie der nächste wird. Aber ansonsten bin ich froh, dass es Fan-Rates gibt, wie immer Rates für Zuschauer noch machen können. Heute auch, 18 Uhr mit Xerneas nochmal zum Abschied. Donnerstag mit Mega Barnett zur Begrüßung. Sonnach mit Giratina, um eben gerade den Leuten zu helfen, die auf dem Dorf sind, die keine Mitspieler haben oder die sagen, ja, ich hab mich jetzt durch Arenen setzen, hab ich mir zwei, drei Pässe verdient, ich brauch wenigstens den Pokédex-Eintrag, dann bin ich schon glücklich. Ach, Ramses bietet das an, Ramses Leder ein, super. Was, gibt keine Fan-Rates mehr? Niemand kann mich einladen, ich kann nicht eingeladen werden, ich steh allein in meinem Dorf, okay, ich lösche die App. Ist das das Ziel, dass die Leute alle aufhören sollen zu spielen? Grenzt die Leute weiter ein, drängt sie in die Ecke? Entweder gibt's ja dann nur, die Leute hören entweder auf zu spielen oder sie fangen an zu spufen, denn wenn sie einen Account auf Level 10 haben und nicht weiterkommen, weil sie nichts machen können, dann können sie auch mit dem Account spufen und wenn er dann gebannt wird, dann, war ja eh nichts Besonderes drauf. Und wenn sie den ein bisschen aufleveln und Spaß da dran haben, hey, was, der hat Spaß am Spielen auf einmal, dass er auch nicht so gezwungen ist, mit, jetzt kommt er gerade heim von der Arbeit oder was, ach, die Raids sind schon vorbei, jetzt gibt's keine mehr, er würde trotzdem gern seinen Pass machen, kein Problem, kann er machen. Geht er halt nach, äh, in den Central Park oder so, macht seine zwei Pässe, läuft noch eine Runde seinen Rauch ab und so, ganz gemütlich. Hauptsache er spielt und Hauptsache er hat Freude dran. Ich, für mich ist egal, wie jemand spielt, Hauptsache derjenige spielt und hält damit die App am Leben. Ich fände es so schade, wenn das Ding hier einstürzt und kaputt geht. Ich hab so viele Jahre jetzt damit verbracht, ich hab so viel da reingesteckt, also eine Yentik, hör auf, hör auf alles kaputt zu machen, bitte hör auf, denk nach, denk nach, hör auf, mach's wie Adi, leg dich auf die Heizung, chill einfach mal und hör auf immerzu irgendwo drin rum zu fuggeln, ne. Das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.